Jetzt ist gleich soweit, herzlich willkommen, herzlich willkommen, für die Amt für starken Zeit. Oh mein Gott. Hoffentlich ist heute der Tag. Junge, komm bald wieder, bald wieder zu mir nachher. Ja, nein, Junge. Sag mal, meinst du, dass das Manspult heute endlich zu dir kommt? Ach, Bäuren, es ist zum Verzweifeln. Ich krieg einfach kein Manspult. Nicht einmal einen kleinen Harkäumen. Ja, herrscher. Also ich an deiner Stelle, ich geh da mal das Lied wechseln. Ach so? Ja, soll ich dann singen, sah ein Knarr, ein Rösslein stehen? Okay. Na, na, sag mal zum Beispiel, der Mai ist gekommen. Geh zur Bäuerin. Das kannst vielleicht du singen, ja? Weil der Deine da ist. Aber mein Traumprinz, der kommt ja nicht. Nicht ums Verrecken. Aber der Meinige wird bald da sein. Was ist, bist du in der Küche mit allem fertig? Jawohl, alles in Ordnung. Weißt du nicht. Mei, Bäuerin. Die Torte ist schön geworden. Ja, vor allen Dingen die Schrift, gell, wo draufsteht, zur silbernen Hochzeit. Mei, ist das schön. Ja. Ich bin nicht bald ein Bräutigam gekriegt, dann werd ich nicht einmal die Blecherne feiern können. Du musst halt ein bisschen Geduld haben. Jetzt wird schon unterrichtig gekommen. Haha, ja, dann darf er sich aber schleunen. Na ja, die Jüngste bin ich auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Du, mein Vater Selig, der hat immer gesagt, auf einem alten Fahrrad lernt man das Fahren. Dann kauf ich mir ein Tandem. Jetzt verschwinkt. Ach, ach, aber eines sag ich dir, Bostin. Falls ich sterben sollte, bevor ich eine Bräutigam gefunden hab, dann wird bestimmt eines Tages auf meinem Grabstein stehen, ungeöffnet zurück. Das ist eine Narre, Schirr. Oh, ach, da bist du ja. Erste Gott, mein Zuckerfubber. Ja. Mein Mausischwanzerl. Meine 25-jährige Hochzeitsgans. Was? Was bin ich? Entschuldigung. Hochzeitsentl, wollte ich sagen, ja. Komm, jetzt gib mir gleich ein Hochzeitsbussi. Sag einmal, bist du besoffen? Nein, noch nicht, aber heute Abend bei unserer Hochzeitsfeier, da wäre ich einiges für Kasimatukel. Ja. Und jetzt hör mit dem Bussi. Ja. 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 Vor 25 Jahren hat's besser geschmeckt. Vor 25 Jahren hat mich auch dein Schnurrbart noch nicht so gekitzelt. Das war gut. Das hab ich dir mitgebracht zur selben Hochzeit, damit du nicht immer so viel weinen brauchst. Ach, die Spindung, wegen dir hab ich schon lange drüber geweint. Nein, 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 nicht wegen mir, sondern wegen dem, was da drin ist. Was ist denn das? Ja, das ist ja eine Rauze. Was ist denn das? Oh, oh. Na, ey, da schau's. Das ist eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Nein. Nein. Die neueste Fündung haben sie mir sagen lassen, ja. Du bist halt ein praktischer Mann, du denkst halt einfach mit. Ja, freilich. Ich hab auch dran gedacht, wie damals unser alter Bürgermeister gesagt hat, heute sind vor dem Standesamt erschienen die ledige Monika Blermelhuber und der verwitwete Bonifatius Haslacher, Bauernsohn aus Pinzkirchen. Ja, das waren wir zwei. Genau. Ja, und dann hab ich den Hof von meinem Vater wieder übernommen. Du, der andere Hof im Bergheim drüben, in dem du seinerzeit eingeheiratet gehabt hast, warum hast du denn jetzt so mir nix, dir nix wieder zurückgegeben? Naja, also, schau, nachdem meine Frau damals verstorben ist, wollte ich das fremdes Eigentum nicht behalten und hab's der Verwandtschaft überlassen. Ich glaub, das war auch richtig so. Natürlich war das richtig so, weil sonst hätt ich dich ja nicht kennengelernt. Ja, ja. Aber du hast mir noch nie was von deiner ersten Frau erzählt. Ja, ja, so. Das lass mich, ich mein, da gibt's nix zum Erzählen. Aber so lang frag ich dich, bis ich alles weiß. Ich war. Ja, herein. Wer kippt denn jetzt noch? Hä? Ja, sag einmal. Bist das du wirklich? Ja, natürlich bin ich dein alter Freund, der Alois Ketterl. Meintest du, ist aber schön. Brezdi. Das ist meine alte. Ah, klar. Meine Frau. Ach so. Das ist meine alte Frau. Das ist mein alter Freund, der Alois Ketterl. Ja, grüß Gott, Herr Ketterl. Grüß Gott, Frau Haslacher. Sitzen Sie ja nur gleich her. Dankeschön. So, dann lass ich euch allein. Ja. Zwei alte Freunde haben sich allerhand zum Erzählen. Ja, ja, bist du ja was. Ja, ja. Ich muss ja sowieso noch zum Tierarzt. Ja, wir sind unsere Katze, gell? Ja, wir sind. Also, dann wünsch ich eine gute Unterhaltung. Ja, ja. Obacht mal, wenn ich das nicht stolper stehe. Die Tasche auch brauchst du nicht. Ja, ja. Du sag mal, hab ich deine Frau jetzt vertrieben? Aber nein. Die muss mit ihrer Katze zum Tierarzt. Die ist krank, wird eingeschläfert. Und findet dann die Katze wieder allein heim. Ja, sag mal, spitz denn du, die Katze wird eingeschläfert. Du schaust du das. Ist wahr. Es geht dir nicht schlecht. Ja, warum sollst du mir schlecht gehen? Ich habe ein schöner Hof, aber eine nette Frau. In der Ehe habe ich keinen Verdruss. Dann geht es dir genauso wie mir. Ah, bist du auch verheiratet. Erfreulich. Ja. Aber liebe, brave Frau. So. Isst gern, trinkt gern, fahrt gern fort. Fortfahren tut die meine auch gern. Ja? Ja. Wo seid ihr letztes Jahr hingefahren? Letztes Jahr waren wir in Italien. Italien. Ja, ja. Seid ihr über den Brenner gefahren? Ja, einen habe ich überfahren, aber auf der Brenner. Meine Frau, die fährt so gerne ans Meer. Ans Meer. Ja, die ist ganz verrückt da am Sandstrand. Ja. Ja. Da sind wir dann oft wie die kleinen Kinder. Ja. Einmal gräbt sie mich ein in den Sand. Ja. Dann grabe ich sie ein. Ja, fahrt ihr nächstes Jahr wieder hin? Ja, freilich, muss ja wieder auskriegen. Ja. 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 Ja, und nebenbei bin ich nach Gemeinderat. Ja. Ja. Und jetzt kommt der Hauptgrund, warum ich überhaupt da bin bei dir. Ja. Ja. Ich suche von Amts wegen einen gewissen Bonifatius Hauslacher. Was? Ja, wir haben in unseren Unterlagen in Fischberger Testament gefunden. Ja. Von einer gewissen Ursula Birnstinkel aus Taukirchen. Ja. Und die war mit dem Bonifatius Hauslacher verheiratet. Ja. Hallo, das bin doch ich. Was, du? Ja. Ja, wie kommst du da dazu? Na ja, ich war, wenn ich ein junger Kerl war, habe ich mich als Knecht auf einem Bauernhof verdient, eben auf diesem Hof von der Ursula. Und sie war eine bildschöne Bäuerin, Junge. Und ich war ein, ich war ein guter Knecht. Aha. Na ja, gut, dann haben wir sie verliebt, haben verlobt und dann haben wir geheiratet. Ein paar Jahre später merkt sie, dass sie krank wird und dass sie vielleicht sterben muss und dann hat sie sich gebeichtet. Und sie hat gesagt, dass sie ein lediges Kind hat, einen Buben. Und ihr größter Wunsch wäre, wenn der Bub einen richtigen Namen kriegen würde. Aha. Und da hast du dann dem Buben deinen Namen gegeben. Na ja, du kennst mich doch, ich kann so schlecht Nein sagen. Ich habe den Buben noch nie gesehen, ne? Das ist jetzt 25 Jahre her, da war der Buben fünf Jahre, der ist heute 30. Ja, und ich weiß, wo er ist. Wo ist er denn? Bei uns drüben in den Riegelsbach in der Nähe. Was macht er denn da? Ja, das gleiche wie du, wie du jung warst. Bauernknecht ist er. Na sag einmal, woher weißt denn du das alles? Ja, rein zufällig. Ich habe dem Buben gleich geschrieben, dass bei meinem Amt vorgingen noch ein Geld da ist, fern. Ja, ja. Und dann habe ich ihm noch die Abschrift geschickt von einem Brief, der bei dem Testament der Beigling ist. Und das Original, das habe ich dir mitgebracht. Ja, das war ein Herz. Lass sehen, schauen wir mal. Also. Mein liebes Kind, sollten diese Zeilen einmal in deine Hände kommen, so musst du wissen, dass du von jetzt ab einen Vater hast. Dein Vater ist der Bonifatius Haslacher, ein herzensguter Mensch, ja, das stimmt. Dann weiß er ja schon alles. Na ja, es war meine Pflicht, dass ich ihm das mitteile. Na ja, aber der wird doch hoffentlich nicht auf diesen Hof daherkommen. Ja, der wird sogar ganz bestimmt daherkommen. Was? Na ja, du bist gut. Jedes Kind möchte doch seinen Vater kennenlernen. Jesus, ich bin Vater. Das, wie meine Alte erfährt, ist der Teufel los. Ja, wieso? Weißt du nichts davon? Also ich weiß, dass sie schon mal verheiratet waren. Aber dass eine Buhre da ist, das weiß ich nicht. Das darf sie auch nicht wissen. Auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen. Ja, dann gibt es bloß eines. Du musst so schnell wie möglich nach Riegelstach rüberfahren zu den Buben. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Falls ja nicht Buben, dann kommt der nicht da her. Ja, ja. Und wenn du jetzt Mittag fährst, kannst du ja Abend schon wieder da sein. Ja, Moment, Moment. Was sage ich meiner Frau, warum ich jetzt plötzlich wegfahre muss? Ach so? Ja. Du sagst ganz einfach, du... Was? Was ist denn? Was ist denn das? Das? Das ist eine Zwiebelschneidemaschine. Habe ich meiner Frau zur Silvian Hochzeit gekauft. Ja? Und da ist die Gebrauchsanbeischung. Ja, die lassen wir gleich verschwinden. Was? Ja, warum denn? Ja, das erzähle ich dir. Jetzt pass auf. Ja. Jetzt schauen wir mal, wer das Maschine erfunden hat. Was? Da steht was. Ja. Ja. J-O-H Punkt Winkler. J-O-H, das heißt bestimmt Johann. Johann. Johann, genau. Zu dem Johann Winkler fährst du jetzt hin, weil da keine Gebrauchsanweisung dabei ist. Ach so? Und was sage ich meiner Frau, woher ich diesen Johann Winkler kenne? Ja, du sagst ganz einfach, das ist ein guter alter Freund von dir. Alter Freund. Und ja, und weil da keine Gebrauchsanweisung dabei ist, darum holst du jetzt eine, damit sich deine Frau nicht verletzt, wenn sie mit der Maschine arbeitet. Ja, hoffentlich glaubt sie mir das alles. Das wird ja. Ja, Herr Ketterl, Sie sind ja immer noch da. Wissen Sie was, bleiben Sie doch gleich da bis heute Abend. Wir feiern nämlich heute unsere silberne Hochzeit. Ja. Das wäre echt schön, Frau Haslacher. Ja. Aber ich muss vorher mit dem Boni schnell noch in die Stadt raushauen. Nein, stell dir vor, wir müssen noch mal ganz schnell in die Stadt hineinfahren, ja. Du musst in die Stadt, ja zu was denn? Ja, schau mal her, sie pumpen, mausen, wahnsinnig, weil wir nicht. Was? Ich hab dir doch eine Zwiebelschneidemaschine gekauft. Ja. Und da ist keine Gebrauchsanweisung dabei, dass du dich nicht verletzt, wenn du Zwiebel schneidest und da ist möglich, damit dust, dann brauchst du doch eine Gebrauchsanweisung, damit du dich nicht verletzt. Und die fahr ich, und die fahr ich mit dem Allesholen. Wo hast du denn die Maschine gekauft? Beim alten Freund von mir. Ja, ja, beim Erfinder selber. Ja, 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 stell dir vor, weil er erfindet. Was, du hast den Erfinder als Freund? Ja, okay, da schau es. Ja, da weiß ja ich gar nichts davon. Na ja, so Kleinigkeiten unterhalte ich mich ja gar nicht. Ach so. Und der lebt in der Stadt drin? Ja, der wird auch drin sterben. Ja, puhr! Ja, danke, so gut. Und wie heißt dann dein Freund und Erfinder? Der Heidler, Johann Wingschler. So, Johann Wingschler. Steht auf der Maschine. Ja, ja, jetzt ist es selber klar. Also, dann in Gottes Namen, Herr Haastfeld. Gut. Ja, ich fahr auch mit, Frau Haastfeld. Ja. Ich kauf meiner Frau auch gleich so eine Maschine. Und bis auf die Nacht sind wir wieder da, gell? Ja, ich sag mal, sie waren. Ja, sie waren. Sie haben ja gut dabei, Frau Haastfeld, gell? Kommt, ja. Mein Gott, ja. Er ist halt so besorgt um mich, gell? Ach, das ist schon was Schönes. Ja. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Er schafft nicht. Jetzt hör mal deine Plärerei auf. Plärerei. Beuere. Was denn? Ich singe. Okay. Ja. Ich singe in der Küche, ich singe im Stall, ich singe einfach überall. Aha. Und weißt du auch, warum ich singe? Nein, das weiß ich nicht. Aber ich und, jetzt pass auf, das sag ich dir. Also, das ist so. Es könnte ja eventuell möglich sein, dass bei uns am Hof ein heiratsfähiges Mannsbild vorbeigeht, gell? Und oh, und dann hört er mich singen. Dann denkt sich der doch sofort, aha, aha, was singt denn da für eine Krähe? Und schon ist es passiert. Ich kann mir's denken, was passiert, wenn der dich sieht. Ja, was, 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 was? Was glaubst du denn, wie der davonrennt? Gegen den ist am Marathonläufer direkt der Spaziergänger. Also, Beuren, jetzt sag ich dir, was, was denn? Du wirst es sehen. Eines Tages klopft es an dieser Türe und hereinkommt ein... So, jetzt, 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 pass auf, ein wunderschöner Mann, nur für mich. Pass auf, herein. Die kann ich nie brauchen. Es ist ja wieder kein Mannsbild, Himmel, Arsch und Wolken. Dies ist unser Magen, die Nandl. So. Die hat einen kleinen Schlag. So. Musst du nichts denken. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann bist du die Stürzinger, Johanna. Vollkommen richtig, Mareka. Grüß dich Gott. Grüß dich Gott. Freut mich aber jetzt. Ist ja schließlich schon fünf Jahre her. So lange schon? So lange schon, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben. Das freut mich jetzt richtig. Ja, mich auch. Komm, sitz dir ein bisschen her zu mir. Danke dir. Du, schön hast du's da. Gell? Rögt schön. Ich bin der zufrieden. Schon, oder? Ja, ja. Weißt du, wer mir abgeht? Ja, ihn. Deinen Mann. Okay. Ja, den kenn ich ja noch gar nicht. Nein. Jetzt red mit mir, Moni. Ja. Ist er groß, ist er klein, ist er lieb, ist er nett. Also, ich hab einen ganz braven und lieben Mann. Ja. Ich könnte mir gar keinen besseren wünschen, schön. Obst du mir's glaubst oder nicht, aber ich streite zum Beispiel nie mit meinem Mann. Auch nicht, wenn er recht hat. Das ist bis heute noch nie vorgekommen. Heute Nachmittag ist er zwar grad nicht da, aber bis zum Abend kommt er dann wieder heim. Wir feiern nämlich heute unsere silberne Hochzeit. Was? Ja. Silberne Hochzeit? Ja, genau. Meine herzlichen Gratulation. Dankeschön. Schau her. Das ist mein Hochzeitsgeschenk. Das allerneueste, was überhaupt auf dem Markt ist, gell? Das ist eine Zwiebelschnellschneidmaschine. Und die kommt direkt aus der Stadt und zwar von seinem Freund. Und das ist auch der Erfinder von der Maschine. Weißt du? Ja, ja. Aber jetzt hat er die Gebrauchsanweisung vergessen. Und jetzt fahrt mein Mann mit seinem anderen Freund mit dem Ketter in die Stadt und holt die Gebrauchsanweisung. Dass mir nichts passiert. Er ist halt so besorgt und nicht. So, so. Ja, da schau her. Die Gebrauchsanweisung holt's. Ja, ja. Ich red, und ich red, gell. Ich frag gar nicht, wie's dir geht. Ja. Wie geht's dir denn? Gut geht's, Moni, ganz gut. Du bist verheiratet, hast einen Mann, hast Kinder. Jetzt, jetzt. Leider. Weder noch. Okay. Weder Mann noch Kind. Ja, Herrschaft. Ja. Es ist leider so, weißt du. Mein Beruf so mitzunehmen. Aha. Einen Beruf hast du. Ja. Und was hast du für einen Beruf? Ich arbeite im Patentamt für Erfindungen. Was soll's? Ja. Und? Hast du schon was erfunden? Ja, das hab ich. Ja, was denn? Und ob du's jetzt glaubst oder nicht. Meine Erfindung ist auch eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Ja. Und wenn ich mir die Maschine da so anschaue, Moni, das ist eindeutig eine von mir. Da. Lies. Patentiert von J.O.H. Winkler. Moment. Du heißt ja gar nicht Winkler. Du heißt ja Störzinger. Nein, Moni, ich heiß Winkler. Das war nämlich damals so. Weißt du? Meine Mutter, die hat ein zweites Mal geheiratet. Ja, und der gute Mann hat mich adoptiert. Mhm. Und somit heiße ich jetzt Johanna Winkler. Moment, Moment, nicht so schnell. Mein Mann hat gesagt, der fahrt zu einem Johann Winkler. Ja. Und du sagst, das bist du. Ja. Nein, nein. Da stimmt irgendwas nicht. Das konnte ich schon sagen, was da nicht stimmt. Was denn? Dein lieber netter Boni, der hat dir was vorgeschwindelt. So schaut's aus. Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Mein Boni, der schwindelt mir nix vor. Nein, nein, nein. Wenn das jetzt aber wirklich so ist, mein lieber Freund, aber dann kann er was erleben, dann reiß ich ihm seine paar Haare, die er noch hat einzeln aus. Dann ist er zwar platzert, aber das ist mir dann auch schon egal. Das konnte doch schon. Moni, das ist doch vollkommen falsch. Was? Du darfst dir doch jetzt auf gar keinen Fall anmerken lassen, dass du gegen ihn überhaupt einen Verdacht hast. Nicht? Schlau muss es sein, Moni. Schlau muss es sein. Ja. Da bin ich neugierig, wie das weitergeht. Das geht schon kurz aus. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wir haben ja einen Besuch. Ja. Grüß Gott, Herr Haslacher. Grüß Gott. Das ist die Tochter von einer alten Freundin. Das ist das Hannerl Stürzinger. Kennst du das nicht? Keine? Ja. Aber, Moni, woher soll ich denn das Fräulein kennen? Wo warst du jetzt so lang? Ich sag mal so, also der Alois, der hat in die Stadt hineingelefoniert. Der war laut und besetzt und muss jetzt ein bissl länger dauern. Das ist der, der mit meinem Mann in die Stadt hineinfahrt zu dem Erfinder von der Maschine. Moment, Moment. Das ist ja nicht sicher, ob wir hineinfahren in die Stadt. Warum nicht? Weil mein Freund... Der Herr Winkler. Kennen Sie den? Ja, nur so den Namen. Ach so, ja. Gut, also der ist krank geworden. Okay. Der hat auf einmal Keukus, Mumps und Fleckerfieber. Ja, an einem Flecker ist er ganz verfügert. Ja, wird ja lüge. Das gibt's ja doch gar nicht. Weißt du, was du jetzt tust, Boni? Was tue ich denn? Du rufst jetzt deinen Freund in der Stadt drin an und den ladest du uns zu uns her ein. Gell? Das kann ich euch nicht antun. Wieso nicht? Das ist nämlich nicht der Allerschönste. Gell? Ja, das ist ja recht erschrocken. Herr Hatzlacher, wie schaut er denn aus? Ja, so klein, dick, keine Haare, gell? Ein solcher Kropf, ne? Ja, ein bisschen schieren tut er. Und der Schlimmste, so krumme Haxen. Also die krumme Haxen, die verzeichnen wir nicht. So krumme Haxen. So krumme Haxen. Hoffentlich komme ich jetzt nicht umgelegen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Das ist die Tochter von einer alten Freundin, das ist Hannard Stürzinger. Grüß Gott. Und das ist mein alter Freund, der Alois Ketterl. Herr Ketterl? Aus Fischberg. Aus Fischberg. Nehmen Sie doch Platz, Herr Gemeinderat. Bin so frei, Frau Haxen. Ja, Herr Ketterl. Wir haben uns grad ganz nett über euren gemeinsamen Freund, den Herrn Winkler, unterhalten. Ein netter Kerl. Ja. Also, ich hab mir so einen Erfinder immer aus einem wunderschönen Menschen vorgestellt. Ja, das ist er auch. Das ist er auch. Nur sie, den ganzen Tag, macht er immer so Gymnastik. Ja, sieh sie, und groß ist der. So, so, so. Aber, äh, einen kleinen Vogel hat er. Sie wissen's ja selber, Erfinder haben alle einen kleinen Vogel. So, so. Jetzt klang's mal raubern. Ich hab' geglaubt, er ist klein und dick und platter. Ja, Manns Kurumi Haxen. Na, schau' mon. Du Verlogenes. Manns, bitte. Du Verlogenes. Komm, geh weiter mit denen. Wir haben den Herrin nix mehr verloren. Bei so einigen Pfarris her. Na, Mann, ey. Na, Mann, ey. Ja. Dann musst du doch schauen, Mann. Auwe. Auwe. Jetzt, glaub' ich, haben wir schön daneben gelangt, Herr. Na, Gottes Willen. Da hast du jetzt was angerichtet. Jetzt, wenn der Bub auch noch auf den Hof herkommt. Der kommt nicht. Der ist schon da. Ja. Was? Ja. Ich hab grad mit meinem Büro telefoniert, und die haben gesagt, der Bub ist bereits unterwegs daher zu dir. Mein Gott, ich will. Geh ihm sofort entgegen und sag, er darf nicht auf diesen Hof herkommen. Das wird nichts nützen. Warum denn nicht? Der will seinen Vater kennenlernen. Was? Ja, der kann jeden Augenblick da sein. Na, Herr da oben. Meinst du, dass er das schon ist? Wahrscheinlich, ja. Oh, ich krieg so Bauch weg. Jetzt weiß ich, wie das ist, wenn man Kinder kriegt. Jetzt gehen meine Wehen an. Ist nützlichst. Wir müssen ihn reinlassen. Was ist denn? Herein! So, jetzt endlich. Wie ist denn gut? Papa! Da! Da ist der Papa! Nicht ich! Papa Kim, gib mir gleich ein Begrüßungsbusserl. Ja, viel Teufel. Meinst du, mir graust für gar nichts, hm? Ja, aber warum denn nicht? Jetzt schreie ich nicht zu. Und wenn das meine Frau hört, ist der Teufel los, weißt du? Ja, aber dann habe ich ja auch eine Mutter auch nass. Was hast du? Wo ist sie denn? Ja, was willst du denn von meiner Frau? Mein. Das freut mich aber. Gut. Jetzt habe ich eine Mutter und einen Vater, hm? Weißt du was? Ja, jetzt gehe ich nimmer fort. Na so. Jetzt bleibe ich bei dir. Oh Gott, jetzt will ich nicht. Schaff mir den Bub vom Hals. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Birnstingel. Ja, ja. Da wird nix mehr Birn gestingelt. Ich heiß jetzt Haslacher. Wie mein Papa. Ja. Also von mir aus, Herr Haslacher. Wissen Sie was? Sie fahren mit mir aufs Gemeindeamt nach Fischberg. Da liegt noch ein Geld da für Sie. Inzwischen kann der Boni seine Frau aufgehen. So ist es. Und allen ist geholfen. Jawohl, so ist es. Ja, das ist aber jetzt wirklich nett von Ihnen, gell? Weil ein Geld kann ich dringend brauchen heute. Aber ich kann meinen Papa jetzt nicht mehr allein lassen. Doch, 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 doch. Und deswegen fahren Sie bitte allein in Ihre Amtsstube. Was? Und bringen mir das Geld. Ich fahre. Was ist? Honey. Ja? Bitte Gott. Bitte Gott. Ich fahre allein. Du fahre allein? Ja. Dann bewahre ich mich. Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, bewahren wir einen angesehen. Ja. Mach's gut, Boni, gell? Na du, warte bitte. Du bleibst da, bis er wieder kommt. Ja, aber hoffentlich lässt er mich nicht wieder so lange allein. Damit ich wieder 30 Jahre lang auf meinen Vater warten muss. So, dann schau mal. Ja. Grüß Gott. Ja, hey. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie die Tochter vom Haus? Die Tochter vom Haus? Nein, ich bin auf Besuch da. Ja, das ist gut. Ich bin nämlich auch auf Besuch da. So. Jetzt sind wir schon zwei, die auf Besuch da sind. Ja, aber so wie es ausschaut, werde ich wahrscheinlich nicht allzu lang da bleiben. Ja, ich kann es leider nicht sagen, wie lange ich da bleibe. Und wieso? Warten Sie auf jemanden? Ja, auf meine Eltern. Auf Ihre Eltern? Ja. Und wo kommen die her? Ja, also mein Vater sucht, glaube ich, meine Mutter. Ja. Aber meine Mutter habe ich noch nicht zehn, also würde die meinen Vater suchen. Machen Sie das öfter mit dem Suchen? Ja, das mit dem Suchen liegt bei uns in der Familie. Ja. Ich habe meinen Vater 30 Jahre lang gesucht. Oh, das ist lang. Ja. Aber wissen Sie, was ich auch schon ganz lang suchend hätte? Sollen Sie es? So ein nettes, sauberes Mädel, wie Sie eins sind. Ja, da schau her. Komplimente können Sie auch machen. Das ist kein Kompliment. Das ist die Wahrheit. Da sage ich recht herzlichen Dank und gebe das Kompliment zurück. Sie sind auch ein ganz sauberer, fescher Bursch. Danke. Bitte. Das ist jetzt recht unverschämt, wenn ich Sie frage, ob Sie schon einen Schatz haben. Unverschämt. Aber nein, ich bin noch Solo. Aha, Sie sind Solo? Ja. Was ist denn Solo? Ich habe bloß ein Herz-Solo und ein Gras-Solo. Jetzt passen Sie auf. Solo heißt, ich bin noch allein. Und Sie? Na dann bin ich auch noch ein Solist. Und allein. Meine Mutter Selig hat immer gesagt, allein ist es nicht einmal im Himmel schön. Jetzt, Moment einmal. Wenn Sie sagen, meine Mutter Selig, dann ist doch die schon gestorben. Ja, leider. Wie ich fünf Jahre alt war. Sie haben mir doch jetzt vorhin gerade erzählt, dass Ihr Vater Ihre Mutter sucht. Oder nicht? Ja, der sucht meine zweite Mutter. Ach so ist das. Ihr erster Vater sucht Ihre zweite Mutter. Nein, das ist auch mein zweiter Vater, der meine zweite Mutter sucht. Jetzt seid Sie ein bisschen nicht böse, aber jetzt gehe ich mich gar nicht mehr aus. Ja, ich weiß. Das ist alles ein bisschen verzwickt. Ja, ich merke es. Aber wenn ich Sie einmal einladen darf, dann erkläre ich Ihnen das gerne alles. Ja, das dürfen Sie ganz bestimmt. Bei so viel Durcheinander, da würde mich das schon interessieren, wie Ihre ganze Familie zusammen gehört. Gut. Jetzt müssen Sie mich aber entschuldigen. Ich habe noch einiges zu tun. Halt, Moment. Was denn? Ich weiß doch noch gar nicht, wie Sie heißen. Ich bin die Johanna. Aber alle sagen Sie Hörnerl zu mir. Und ich bin der Alois. Und alle sagen Sie Läusl. Für die Hörnerl. Für die Gott, Läusl. Für die Gott, Läusl. Jesus, ist das heute ein schöner Tag. Das Haus ist ja das reinste Fundbüro. Mein Vater habe ich gefunden. Und ein blitzsauberes Mädel habe ich gefunden. Ich bin neugierig, was jetzt kommt, wenn die Tür auf geht. Geh, imagination. Geh! Da schau mal her. Der Lä%z ist da. Nein. Der Läusl ist da. Nein, das ist mir wurscht. Die Hauptsache ist, es ist überhaupt einer da. Sag mal. Ist das Haus da vielleicht ein Mädchenpensionat? Na ja. Alle Augenblücke kommt da eine andere Schönheit raus. Mami, hast du jetzt Schönheit gesagt? Na ja, freilich. Und du hast mich gemeint? Na, außer dir ist ja keine da. Ja, da bin ich ja ganz außer mir. Na nein, bleib nur drin. Auf dich hab ich ja gewartet. Von dir hab ich geträumt. Komm, in meine Armee, mein Prinz! Hey, 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 was lässt denn du da? Der Herr hat mich zu sich genommen. Sag mal, bist denn du wahnsinnig geworden? Spinnst denn du? Oh nein, das ist doch ein wild fremder Mensch für dich. Den kommt doch du nicht einfach an den Hals springen. Bauer, der hat zu mir Schönheit gesagt. Ja, und? Das ist doch ein Sprung wert. Ja. Du kannst doch nicht jeden Mann, der zu sich auf den Hof kommt, an den Hals hupfen, oder? So, Bauer. Was? Jetzt frag ich dich was. Ja, was denn? Wie viele Männer, glaubst du, haben zu mir schon Schönheit gesagt? Weiß ich nicht. Ja, jetzt rau da mal. Ja, das wirst du schon sagen. Jetzt, ich sag's dir. Ja, also. Und zwar ganz genau. Ja, wie viel? Jetzt pass auf. Ja? Gar keiner. Was? Und weißt du auch warum? Nein, warum? Ja, weil's nicht stimmt. Jetzt hörst du. Jetzt hörst du. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt zu uns am Hof ein Mannsbild, der zu mir Schönheit sagt. Ja. Der hat doch einen Schlag. Das muss ich doch ausnützeln. Ach ja, auch. Also sei's wie's mag, ich will sowas nicht mehr auf meinem Hof erleben. Hä? Bäuerlein? Ja, ich geb dir die Gäbel da. Bäuerlein, gell? Ja. Das kann ich dir nicht versprechen. Verschwinden. Ja. Also wegen dir geh ich nicht ins Kloster. Denn als Nonne bin ich viel zu schön. Ja. 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 Das ist ja tot schon. Und mein Buur, das ist lieber nicht ein Zusammenstand. Um Gottes. Der Buur muss von dem Hof verzeihe es, wie sei kann ich egal. Aha. Da bist du ja. Ja, ja, ja. So. Und jetzt sagst du mir gleich einmal, was mit dir überhaupt los ist. Was? Was? Ich komm mir nicht aus. Red du keinen Blödsinn. Was? Seitdem der Ketterl da ist bei uns, bist du ein ganz anderer. Was? Mit dir stimmt irgendwas nicht mehr. Ach, ach, ach. Mona. Du täusch dich. Kommt hier weiter, sei startet. Ich glaub ich nix mehr. Was? Allein schon die Sache mit der Hinfahrerei zu deinem Freund. Ja, wir fahren ja gar nicht hin, ne? Wenn das du nicht haben willst, dann tun wir das auch nicht. Wie? Ich spreche auch mit dem kein Wort nehmen, wenn du es nicht willst, ne? Gut. Das ist aber sehr schön von dir. Na, also. Da bist du ja wieder so. Gleich dich. Wir sind noch nie fertig miteinander. Warum? Was kommt denn jetzt noch? Mein lieber Mann. Ja? Ich glaub überhaupt nicht, dass du den Erfinder, den Johann Winkler, kennst. Aber meine, das ist mein ältester Freund. Ach, geh weiter. Ja, ja. Dein ältester Freund. Im Eltern gibt's gar nimmer. Ja, passt nicht, sagst du. Ja, ja. Also gut. Was? Dann will ich diesen ältesten Freund kennenlernen. Wann? Entweder. Du bringst den Freund daher. Ja. Oder wir zwei sind die schiedene Leute. Aha. Noni. Was ist denn? Scheiden tut weh. Ach, mein Wurlos. So, jetzt. Da hab ich ja schön drin da. Ich werd ja nette Suppe eingebrucht. Um Gottes Willen. Und werd ich schuld? Mein Freund. Der Aal als Ketterl. Ich kenn den Kerl in der Luft zerreißen. Ha. Wem willst du in der Luft zerreißen? Da brauchst du fragen. Ich natürlich. Ja. Und warum? Na, wegen deiner ganzen Schwindelereien. Jetzt will meine Frau haben, dass dieser Johann Winkler da herkommt. Na und? Was und? Ja, wenn's nicht mehr will, dann tu mir ja heut den Gefallen, oder? Ja, wie willst du denn das machen? Ganz einfach. Ja? Ja. Wir stellen dir irgendjemanden als Johann Winkler vor und dem geben wir halt dann ein bissl ein Geld. Dem geben wir ein Geld? Ja. Von wem? Ja, von dir. So, wenn man gleich denkt. Ja, und schon ist die ganze Sache gerützt. Na, ich glaub, es ist vernünftig. Ich sag meiner Frau die ganze Wahrheit. Ja, sag ihr, dass du ein Kind hast. Ja, das darf ich nicht wissen. Ja, jetzt reg dich nicht auf. Weißt du was? Was? Ich ruf unseren Gemeindediener an. Der macht schon mit bei der Gaudi. Moment mal, wie schaut denn der aus? Der? So ein kleiner Dicker. Oh! Ja, keine Haare auf dem Kopf. Das ist genau der Richtige. So hab ich den Weibern nicht geschildert. Na also, was willst du denn dann noch mehr? Wir sehen die Sache geguckt. Ja, mit mir mit. Ja, ich erklär dir das draußen. So trage ich's keine Angst haben. Das machen wir schon. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaub, ich bin noch nicht gern g'seng auf dem Hof herrn. Andere Väter täten sich freuen, wenn sie einen Nachwuchs kriegen. Aber da drin ist alles anders. Hört da schon her. Mein Prinz ist da. Ich weiß nicht Prinz. Ich bin der Läusl. Das ist mir wurscht. Und zwar so wurscht, wie es mir Würsteregarner sei. Du hast mich begeistert, weil du zu mir Schönheit gesagt hast. Ja, besser gesagt, du bist vielleicht eher eine versteckte Schönheit. Ja. Ja, da hast du recht. Heutzutage muss man seine Schönheit schon verstecken, gell? Sonst kommen ja die Mannsbilder alle in Versuchung. Das heißt, bei mir hat's eigentlich noch keiner versucht. Tatsächlich? Ja. Ja, und an was könnte es liegen? Gell? Gell, das kannst du auch nicht verstehen. Nein. Ja. Da, da schau dir mal diese Linien an. A, B und A. Ja. Sag gerade die. Ich mein, du bist da ganz ein Scharfe, ne? Mein Spitzname ist Pepperoni. Du, äh, sag einmal, ich mein, wenn du heute Abend noch nichts vorhast, gell, dann könntest du vielleicht bei mir an meiner Kammer vorbeikommen. Nein, 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 nicht vorbei, sondern reinkommen. Da könnten wir uns unter vier Augen ein bissl unterhalten. Ach so. Ja, ich glaub, das kann ich dir jetzt noch mitversprechen. Ja, weil ich nicht weiß, ob ich heute Abend überhaupt noch da bin. Tja, das ist wieder typisch, typisch meint's bitte. Zuerst macht's ihr, macht's ihr uns ganz verrückt und dann, äh, dann seid's einfach weg. Nein, 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 das stimmt jetzt nicht. Ihr macht's euch schon selber verrückt. Aber weißt was? Ja. Wenigstens ein Abschiedsbusserl bin ich da schon schuldig. Also gut. Aber, in dem falle ich nur noch auf die Backe. Alles andere muss ich für meinen Prinzen aufheben, wenn er mich aus meinem Liebesschlaf erweckt. Jetzt her mit deiner Backe. Also, oder, ja. Jetzt hören die zwei schon wieder beieinander. Ja, ich kann doch nicht wissen, dass ihr schon wieder da seid. Was? Und reg dich nicht auf. Die Prinzessin hat sich nur von ihrem Prinzen verabschiedet. Seid ihr vergrüßt? Sag mal, hast du mit dem Burden noch nicht gesprochen? Doch, ich hab ihnen alles genau erklärt. Also, schau, du musst doch merken, ich komm von einem Schlamassel in das andere. Du kannst nicht da bleiben, das musst du doch einsehen, verstehst du? Papa, ich begreif das alles. Ja, ja. Und deshalb bin ich da auch gar nicht böse. Na Gott sei Dank. Aber wenn du dich doch einmal brauchst. Ja. Weil das kann man ja nie wissen. So ist es. Dann schreibst du mir einfach. Ich schreib. Oder du telefonierst. Ich schreib und telefonieren. Und schon bin ich da. Aha, gut. So, jetzt hol ich noch meine Sachen und dann bin ich fort. Ja, gut. Adein. Na bitte. Ist doch leichter gegangen, wie wir geglaubt haben. Mit einem Schlag bist du heraus aus dem Schlamassel. Schlag. Wenn es nämlich anders kommt. Die Schläge krieg ich alle. Ich merke das. Ja. Jetzt wird der Gemeinderat. Ich werde dich gerade halten. Moment einmal. Was ist denn jetzt wieder? Du sag einmal. Ja. Hat deine Frau den Buben schon gesehen? Nein. Warum? Na alles so. Was? Dann lassen wir doch den gleich als Erfinder kommen. Um was? Handelt es sich denn, wenn ich fragen darf? Nein, die Sache ist ja so. Ich habe meine Frau belogen. Ich habe ihr erzählt, ich kenne einen Erfinder. Und ich kenne ihn aber gar keinen. Ich habe ihn gelogen. Und jetzt meint halt alles, dass du den Erfinder machen sollst. Okay, Papa. Ja. Das ist doch gar kein Problem. Deiner Frau kann mir helfen. Was? Hier steht dein Freund der Erfinder. Hä? Was habe ich denn da nicht erfunden? Da, da, da. Diese Zwiebel. Schnellschneidemaschine. Du, da pass auf schon. Da habe ich noch eine Gebrauchsanweisung. Da steht der Name von dem Erfinder drauf. Johann Winkler. Das bist jetzt du. Aha. Dann heiße ich jetzt Johann Winkler. Genau. Gut. Oh, sie kommen schon. Ja, da herab. Schau dir die Maschine nach. Wenn das nur gut geht, ich sage mir da. Mach bloß du jetzt keine Dummhäuschen. Der schau dir gar nicht so aus, wie der mit deinem, was du gesagt hast. Das macht doch nichts. Der war auf einer Schönheit fahren und da haben sie wieder... Schau dir gar nicht so aus. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Dann ranken Sie singen. Der Herr Gemeinderap Ketterl ist ja auch noch da. Ich bin da, ja. Es ist ganz gut, Herr Ketterl, weil ich hätte nämlich unter 4 Augen mit Ihnen zu reden. Ja, reden, gut so. Komm, setzen Sie sich einmal kurz herzuheben. Bin zu frei. Na, wo brengst es denn? Also, Herr Ketterl, ich werd' einfach das Gefühl nicht los, dass der Bauer ein kleiner Barzi ist. Was? Ja. Der Boni? Der Boni. Niemals. Nein, nein, genau. Für'n Boni, da leg' ich die Hand ins Feuer. Au! Ich geh' sogar noch ein bisschen weiter. Ja? Ja. Sie wollen mich doch nicht allen Ernstes weismachen wollen, dass Sie diesen Erfinder kennen. Ja, und ob ich den kennen. Okay. Den kenn' ich sogar nicht. Gut. Den kenn' ich wie meine eigene Hosentasche. Haha. Da muss aber in Ihrer Hose ein ziemlicher Durcheinander sein. Ja. Ja. Herr Ketterl. Also, ich, ich an Ihrer Stelle. Ja? Ich wär' lieber ein bisschen vorsichtiger mit diesem Erfinder. Wieso? Schau'n's. Es könnte doch jetzt leicht sein, dass die Boni ihn persönlich sehen will. Und dann? Ja, das will sie ja auch. Und was wollen Sie dann machen? Ja, was werden wir schon machen? Der kommt eben daher. Was der kommt? Ja, ja. Doch, der kann jeden Augenblick kommen so. Ja, und damit der nicht am Haus vorbeilauft, geh' ich jetzt raus und passen. Nein, der kann ja gar nicht vorbeilaufen. Ja, bis jetzt endlich in der Späne kommen. Ich hab' jetzt keine Zeit mehr. Ja. Ja. Jetzt schau' dir doch diese zwei alten Batschen an. Ja. Ja, das ist ja nicht. Ja. Ja, du bist ja auch noch da. Ja, so ein Freund. Ja, und du auch noch. Und? Haben sich deine Eltern jetzt schon gefunden? Da bin ich leider überfragt. So. Ich hab' jetzt eine andere Aufgabe übernommen. Ich bin jetzt der Johann. Der Johann? Ja. Du hast mir doch vorhin gerade erzählt, dass du Leusel heißt. Ja, das stimmt ja auch. Ja. Aber hier im Haus bin ich jetzt der Johann. Jetzt der Johann. Und wie noch? Winkler. Zusammen. Johann Winkler. Johann Winkler. Ja. Und du bist bestimmt vom Beruf Erfinder. Hab' ich recht? Ja, woher weißt du das? Ja. Ich glaub', ich weiß jetzt auch einiges. Was hast du denn dann so erfunden, wenn ich fragen darf? Eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Was? Was? Du bist der bekannte Erfinder von dieser Maschine. Du glaubst gar nicht, wie mich das freut. Ja. Ja, dass ich endlich deine Bekanntschaft mache. Ja, mich auch. Ja, aber dann kannst du mir doch mit Sicherheit auch sagen, warum du die Maschine jetzt legt hast. Naja, ich wollt' wissen, wie es hier drin ausschaut. So. Das will ich immer wissen. Und nach der Gebrauchsanweisung da, soll ich die Maschinen wieder zusammenbauen? Nach dieser Gebrauchsanweisung? Ja. Ich mach dir jetzt einen Vorschlag. Sollte ich vielleicht dabei helfen? Hein, Leusel? Dann kennst du dich aus mit so einer Maschine. Ja, ich glaub schon. Jetzt probieren wir's halt einfach einmal. Weißt, Leusel, ich hab' daheim einige solcher Maschinen. Wirklich? Ja. Und schon ist's fertig. Das ist aber jetzt schnell gegangen. Und muss sich ja direkt ein bisschen schämen als Erfinder. Jetzt muss ich dich noch was anderes fragen. Ja, bitte. Wenn ich meinen Beruf als Erfinder wieder an den Nagel hänge, meinst du, ob wir zwei uns dann mal treffen könnten? Ja. Also, ich glaub schon. Wirklich? Ja. Weißt du, was ich dann jetzt mach? Was? Dann geh ich jetzt auf der Stelle den Nagel suchen. Bis später. Jetzt schau dir doch diese zwei alten Patzen an. Jetzt hab's doch den Jungen auch schon rumgehört. Schöter. Na, dieser Keckwalle. Jetzt hab ich ihn aber lange allein lassen. Das macht doch nix. Mach's nix? Nein. Ja, dann mach's nix. Wissen's? Ich hab mich nämlich in der Zeit gerade recht fachmännisch unterhalten. War eine gute Idee. Ja, das war eine ganz gute Idee. Jetzt hab ich da gleich noch eine Frage an Sie. Ja, bitte. Fragen Sie ruhig, gell. Glauben Sie wirklich, dass das gut rausgeht? Was? Ja, die Geschichte mit dem Erfinder von dieser Zwiebelschnellschneidemaschine. Was soll da schon passieren? Es gibt Zwiebeln genug. Das schon. Gell. Aber, Herr Ketterl, ich muss Ihnen leider zu Ihrem Bedauern sagen, dass der Erfinder von dieser Zwiebelschnellschneidemaschine kein Mann ist, sondern eine Frau. Irrtum. Auf der Beschreibung steht Johan und Johan ist immer noch ein Mann. Irrtum. In dieser Beschreibung steht J-O-H. Ja? Ja. Und das heißt nicht Johan, sondern Johanna. Johan. Haha. Aha. Ja. Und das ist sicher? Ja, das ist ganz sicher. So sicher wie das Amen im Gebet. Aha. Mhm. Und die Frau Haslacher, die weiß das auch? Ja. Die Frau Haslacher, die weiß dasselbe. Ein schöner Gruß. Ja. Jetzt sitze ich schön drinnen in der Spatsche. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ja. Ich glaube, es ist besser, Sie hören auf mit der ganzen Gaudi. Das bringt doch nichts. Ja, das ist leichter gesagt, das ist wie getan. Oh Gott, oh Gott. Herr Ketterl, wenn Sie ganz vernünftig mit Herrn Haslacher reden. Ja. Der Bohnen, wenn denn die Frau... Aha. Frau Hörzing, jetzt sagt meine Frau Bescheid. Nein, 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 Herr Haslacher, bleiben Sie ruhig da bei uns. Ja, ja. Geh schon aus zu Ihrer Moni. Aha. Außerdem werden Sie hier viel dringender die nötigt. So? Ja. Der Herr Gemeinderat, der hat Ihnen ganz wichtige Sachen zu erzählen. Ist wahr? Ja. Stimmt's, Herr Ketterl? Aha. Also dann wünsche ich den Herrn eine gute Unterhaltung. Ja, ja, ja. Was meinst du denn? Setz dich hin, sonst haut's dich um. So? Warum? Was ist denn passiert? Der Erfinder von dieser Zwiebelschnellschneidemaschine. Ja. Das ist kein Mann, sondern eine Frau. Na. Ja. Mich trifft der Schlag. Aha. Na, was machen wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Na, na, na. Jetzt werde ich wahrscheinlich doch alles sagen müssen meiner Frau. Ja, bitte. Na, sag ihr, dass der Kind hat. Ja, was soll ich denn sonst tun? Ja, was fragst du denn immer mich? Ja, wen soll ich denn sonst tragen von dir Gott und die ganze Gaudel? Ja. Weißt du was? Was? Jetzt muss eben eine Erfinderin her. Und ganz egal wie die aussieht. Ja, wo willst du denn die hernehmen? Brauch keine hernehmen. Ich hab schon eine. Ja. Ja, wer ist denn das? Der Bub. Was? Ja, du spinnst doch. Wieso? Dann ziehen wir eine Weiber von da und schon ist der wieder fertig, oder? So. Jetzt geht die Maschine aber hin- und auswendig. Ja, du kommst ja grad rein. Ja. Die Maschine ist jetzt gar nicht wichtig. Da setz mich her. Ich muss mit dir ganz was Wichtiges bereden. Weil der Papa, der sitzt nämlich ganz schön in der Patsche. Ja. Ihr wollt eigentlich was anderes. Guck mal. Aha. Ja, und wie tief sitzt der da drin? Sehr tief. Ganz tief. Ja, die Sache ist nämlich so. Ja, der Umstand ist nämlich der. Ja. Der Erfinder von dieser Zwiebelschnellschneidemaschine ist kein Mann, sondern eine Frau. Aue. Ja, und jetzt? Jetzt? Jetzt ist dem Alleskettern Folgendes eingefallen. Er möchte, dass du als die Erfinderin für uns herkommst. Ja, du ziehst dir eine Weiberband an, setzt dir eine Perücke auf, kommst hierher, stellst dich vor als Johanna Winkler, sagst du bist nur auf der Durchreise, möchtest schnell deinen alten Freund Bonny Grüß Gott sagen und dann haust du sofort wieder auf. Und schnell auch noch. Und das ist alles? Ja. Der Papa, das mach ich doch mit links. Ist wahr. Ja. Aber, wo kriegen wir denn jetzt ein Weibergewand her? Das ist kein Problem. Oh, bei mir auf dem Speicher steht eine alte Truhe. Da sind lauter Frauenkleider drin, vom Fasching her und so. Also, schon bin ich dran mit dem Speicher. Ja, aber, aber, beeindruckend. Ich hab dich drauf gefischt schon drauf. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Das dir gut geht. Das geht schon gut. Ich hab dir doch gesagt, der Bub, der macht das. Der Bub, der schafft das. Na ja, nein. Aber, jetzt kommt noch ganz was wichtiges. Ja, was denn? Ja, wir müssen jetzt deiner Frau erklären, worum du immer von einem Freund gesprochen hast. Ja? Ja, weil doch dieser Freund gar kein Freund ist, sondern eine Freundin. Ja, was soll ich denn da wieder sagen? Da sagst du, das weiß ich jetzt auch noch nicht, da fällt uns schon was ein. Meinst du? Ja, hoffentlich. Aha, die zwei Freunde sind auch da. Hier scheint sie sind bei uns länger als in ihrer Gemeinde, Herr Gemeinderat. Schaut so aus, Frau Haslacher. Ja, aber wisst ihr, die Sache ist ja so, Frau Haslacher. Ja, Schanz, wissen Sie, ich habe mit dem Bonny noch einiges zu bereden gehabt. Ja, wir haben da was Wichtiges zu bereden gehabt. Ja, ganz was Wichtiges, ja. Ich habe zu ihm gesagt, Bonny habe ich gesagt. Bonny hat er gesagt. Ja. Bonny habe ich gesagt. Zweimal. Bonny hat er gesagt. Ja, ja. Bonny habe ich gesagt, ich finde das nicht schön, dass du zu deiner Frau nicht ganz aufrichtig bist. Ja, das hat er wortwörtlich zu mir gesagt. Gell, das habe ich gesagt, gell? Das haben Sie alles gesagt. Ja, ja, und dann der Nachbarn, habe ich zu ihm gesagt. Ich habe noch nicht alles. Nein, und dann habe ich zu ihm gesagt, Bonny habe ich gesagt. Bonny hat er wieder gesagt. Ja, ja. Bonny habe ich gesagt. Bonny habe ich gesagt. Jetzt halt halt einmal dein Maul. Halt einmal dein Maul. Ja, ja, was? Bonny habe ich gesagt. Du gehst jetzt sofort zu deiner Frau und sagst ihr die ganze Wahrheit. Ja, ja. Ja, das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Ja, und möchte dir eben die ganze Wahrheit sagen, so wie es ist, dieser Freund, das ist eigentlich gar kein Freund, das ist mehr eine Freundin. Jetzt ist er raus, jetzt ist ihm leichter. Ja. Du willst mir also sagen, dass der Erfinder eine Frau ist. Ja, genau. Und somit habe ich dir jetzt alles gebeichtet. So. Ja. Jetzt hast du alles gebeichtet. Ja. Dann kannst du auch gleich meinen Segen haben. Was? Aber Schuld sind nur sie. Ja. 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 Was war jetzt das? Das war eine Ohrfeige, die eigentlich ich hätte kriegen sollen, aber als alter Freund habe ich sie dir abgetreten. Danke. So. Und jetzt sage ich dir auf den Kopf zu, dass du mich schon wieder angelogen hast. Aber. Du kennst nämlich auch die Frau nicht. Danke, Frau Haaslacher, jetzt wenn ich lachen könnte, hätte ich lachen. Aha. Aha. Ja, lachen wir aber wirklich. Ich kann lachen. Aha. 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 Euch wird das Lachen noch vergehen. Nein, Sie werden stehlen, wenn die Erfinderin dann erst mal da ist. So ist es. Die kommt nämlich daher. Die kommt daher. Ja, die kommt daher. Das ist ja doch das Allerhext. Ja, ja, die kann jeden Augenblick daherkommen. Das darf doch nicht wahr sein, Herr. Ja, kann jeden Augenblick sein, Herr. Ja, da seid Sie alle. Ja, Gott sei Dank, dass sie kommt. Steht doch mal vor. Die Erfinderin von der Zwiebelschnellmaschine kommt zu uns her. Was? Die Erfinderin kommt zu uns? Die kommt daher zu uns, ja. Ja, und wie meine Herren schaut dann die Erfinderin aus? Ja, ja. Jetzt geht die Fragereiche wieder. Wie schaut das Mädel aus? Wie ist jung oder alt? Ja, ja, schon mittendrin, weißt du. Na, Frau Haaslacher, eine Frau ist nur so alt, wie sie aussieht. Ja, schon alt. Da hilft doch einer zum anderen. Was? Jetzt ist sie da. Wer? Die Zwiebelmaschine. Was? Die Erfinderin. Die Erfinderin, ja. Der Rhein. Hallo, jetzt wird Riechter schon. Jetzt käme es nicht mehr Rücken, ich mache jetzt ist sie schon da. Einen wunderschönen Rücken. Guten Tag, liebe Freundin, ja. Bonne, mein lieber Freund. Ja. Magst du mir nicht eine Frau vorstellen? Aber natürlich, die kleine Dicke da. Das war ein Nötzweiberl. Ein Nötzweiberl, ja. Wo hast denn die aufgerissen? Ah! Ja, und wer ist denn das Zuckerpuppel da? Das ist ein Besuch vom Haus. Ja, bestimmt. Jetzt hätte mich interessiert, wann genau haben denn Sie eigentlich diese Zwiebel-Schnell-Schneide-Maschine erfunden? Ach, das war dann am Vormittag am Morgen. Ganz egal. Hauptsache, Hauptsache ist, dass die Freundin da ist und darum freut sich auf alles. Wir freuen uns, ihr freut sich. Das ganze Haus freut sich. Wir sind das reinste Freudenhaus. Aus der Freude. Ja, und wie heißen Sie? Haslacher. Ach, gut, okay. Sie? Ja. Wissen Sie, ich bin ein Kind der Liebe. Ja. Meine Mutter war immer unterlegen. Und mein Vater war immer oben auf. Und als meine Mutter dann entbunden, war mein Vater verschwunden. Aha. Aber was erzählt denn der für ein Blödsinn? Lass ihn dir nachgeweiher ganz blöd. Wenn Sie glauben, Sie können uns für blöd verkaufen, dann sind Sie aber ganz schön im Irrtum. Aber schau, Moni. Sei bloß du statt. Du bist ja noch unverschämter. Du steckst doch mit dir unter einer Decke. Du belügst und hintergehst nicht hin und vorn. Und sag du nie mehr, kleine Dicke, zu mir. Aber nach dem Dünel kann ich ja auch nicht sagen. Und ich war jetzt nicht mehr aus rein. Ich muss, ich muss gehen. Ich bin für dich. Was, du kommst doch mit. Ja, wirklich. Ja, wenn der geht, dann gehe ich auch. Ja, halt. Was wäre denn aus mir? Doch mir egal. Von mir aus geht es um Teufel. Das ist der Dank. So. Halt, 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 halt. Wo wollen wir denn hin so einig? Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Läusl. Ich habe dich doch sofort erkannt. Samt einer komischen Verkleidung getan. Mein Harnold. Das ist aber wirklich nett von dir, dass du mich nicht verraten hast. Du sagst. Du sagst mir jetzt bitte einmal, warum denn eigentlich die ganze Maske gerade? Ja, weißt du, das habe ich alles nur dem Pony zuliebe gemacht. Weil der solch eine Angst vor seiner Frau hat. Und weil ich bin doch dem Pony sein Sohn. Was? Was, du bist der Sohn von Pony? Naja, nicht sein Leiblicher. Er hat mir da seinen Namen gegeben. Weil das alles seine Frau nicht wissen durfte. Oder den ganzen Schwindel, mit der der Zwiebelschnellschneidemaschine da gemacht. Ja, jetzt verstehe ich einiges. Schau her. Ja, bitte. Der Brief da, das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Mein liebes Kind. Weißt du was, Läusl? Den Brief, den lässt du jetzt mir. Und ich werde schauen, dass ich da wieder ein bisschen Ruhe und Frieden reinbringe. Und weißt du, was du machst? Du gehst jetzt bitte hinaus und ziehst dich wieder um. Und warte, bis da irgendjemand schreit. Ah, gern. Ja. Aber weißt du was? Was? Einen gescheiten Vater zu kriegen, ist weil er eine richtige Sauarbeit. Ja, dann werde ich doch einmal schauen, dass ihm dieses Haus mal wieder ein bisschen der Frieden einkehrt. Dass ich alle wieder zusammenbringen kann. So, ich bleibe dabei. Ich lasse mich scheinen. Was? Ja, aber Moni, vielleicht war die ganze Geschichte noch eine Gaudi. Eine sauberne Gaudi, wenn er mich da und anlügt. Ja, und wenn sie nur notlügen waren, dann frag ich mich warum. Also ich kann dir sagen warum. Du weißt warum? Ich weiß warum. Und warum? Kurz und bündig, er hat ein Kind. Was hat der? Ein Kind? Ein Kind, ja. Da muss ich mich jetzt zuerst niedersitzen. Woher weiß denn du das? Woher ich das weiß? Da schau her, Moni. Dieser Brief, der ist dem Boni vorher aus der Tasche gefallen. Mein liebes Kind. Also das schreibt die Mutter an das Kind. Ja. Sollten diese Zeilen einmal in deine Hände kommen, so musst du wissen, dass du von jetzt auf einen Vater hast. Dein Vater ist der Bonifatius Haslacher, ein herzensguter Mensch. Er hat meinen Wunsch erfüllt und dir seinen Namen gegeben. Gell? Da schaust. Ja, aber ganz verstehe ich das jetzt, nicht? Noch nicht? Nein. Jetzt pass auf, Moni. Und zwar war das ja so. Ein Boni ist eine zweite Frau. Die hat damals schon ein rediges Kind gehabt. Ja, und der Boni hat sie geheiratet und hat dem Kind seinen Namen gegeben. Er ist doch wirklich ein feiner Zug von ihm, oder? Drum hat er mir nie was von seiner ersten Frau erzählt. Vollkommen richtig. Und weil er gemeint hat, du bist ein bisschen böse, wegen dem Kind. Ja. Nur deshalb hat er die ganze Lügengeschichte erfunden. Ja. Und sein sauberer Freund, der Ketter, der hat ihm natürlich dabei geholfen. Ja, das ist freilich, ein sauberer Freund. Und die Ausrede, die hat er sich eigentlich nur einfallen lassen, damit er endlich zu seinem Wurm hätte fahren können. Nein. Mein Boni hat ein Kind. Ja. Nein. Gut, nein. Und das hat er sich nicht zu sagen getrauen. Ja, schau so aus. Da tut er mir jetzt gleich direkt gleich. Was lang? Ja. Das wäre auch schon richtig. Ach, jetzt ist er da. Jetzt hat mein letztes Stündlein geschlafen. Boni. Bonifatio Select. Was soll ich denn da drin tun? Warum hast du mir denn das nicht schon lang gesagt? Was denn? Das kommt doch in den besten Familien vor. Das stimmt. Was kommt denn da vor? Das mit dem Kind. Das weißt du? Ja, freilich. Mein Gott, da musst du ja allerhand mitgemacht haben. Jetzt weißt du, wie schwer das ist, Kinder zu kriegen. Du, das ist ein Mädel. Dann ist es ein Bub da. Ja, und was für einer. Ja, woher weißt du denn das? Ja, ich streng muss halt. Also der Bub, der muss sofort zu uns her. Ja, aber nur, wenn du das unbedingt haben willst. Freilich will ich das haben. Wo ist er denn? Na, da drin. Ja, dann bring ihn halt raus. Auf deine Verantwortung. Ja. Bubilein. Ah! Der ist ja schon so groß. Jetzt weißt du, wie schwer die Geburt war. Nein, nein, nein. Es ist nicht zu fassen. Ich krieg einfach kein Mannsbild. Ich kann nicht verstehen, warum. Dabei hab ich alle Voraussetzungen, die sich ein Mann meiner Frau nur wünschen kann, gell? Ich bin jung. Ich bin schön. Ich bin klug. Ja. Und ich bin sogar aus einer ganz vornehmen Familie. Ja. Ich bin eine von. Ich weiß bloß nicht von wem. Naja, ich hab mir gedacht, wenn ich schon aus einer so vornehmen Familie komme, gell? Dann brauch ich doch auch einen Beruf da, wo ich hoch hinaus komme, ja. Ganz einen vornehmen. Dann hab ich in einer Zeitung ein Inserat gelesen. Leuchtturmwärter gesündet. Leuchtturmwärter. Also ich, ich hab mich ja gleich beworben und die, die haben mich so fortgenommen. Mhm. Aber nur drei da. Da haben sie mich rausgeschmissen. Naja, immer wenn ich ins Bett gegangen bin, hab ich halt das Licht ausgemacht. So schön war's ja am Meer auch nicht. Immer wenn ich am Strand spazieren gegangen bin, dann hat sich die Welle bei mir gebrochen. Na, da bin ich dann doch lieber am Land. Ach, da ist ja viel schöner, viel gesünder. Naja, ich bin ja ganz selten krank. Und wenn ich wirklich mal krank bin, dann geh ich zu unserem Doktor und der, der verschreibt mir ein Rezept. Naja, der will ja auch nehmen. Und mit diesem Rezept, gell, da geh ich dann in die Apotheke. Hm, da krieg ich gleich Tabletten. Naja, die wollen ja auch nehmen. Und diese Tabletten, ha, die schmeiß ich sofort weg. Naja, ich will ja auch nehmen. Und den Ton kenn ich. Jetzt gibt's Ärger. Naja, aber ich sag ganz einfach, ihr habt's mich aufgehalten. Ihr seid schuld. Ja. Ja. Ja, da ist ja gar keiner da. Es ist ja wunderbar. Dann kann ich nämlich in aller Ruhe meinen wunderschönen Roman weiterlesen. Dann schauen wir doch mal. So. Ich habe geträumt von dir die ganze Nacht. Ich sah dich stehen im Schatten und in meinem Herzen glühte es wie heiße Kohl. So. Ist das nicht ein schöner Roman? Da bist du. Ja, Moni. Ich habe dich überall gesucht. So? Ja, ich wollte ja eigentlich was fragen. Ja, bitte. Was soll ich jetzt mit meinem Mann machen? Soll ich ihm jetzt böse sein oder nicht? Oh nein, Moni. Jetzt dürfst du ihm aber wirklich nicht mehr böse sein. Nicht mehr, gell. Er hat doch jetzt schon genug mitgemacht. Ja. Aber ein sauberes Kind hat er. Kind, dass ich nicht lache. Das ist ein ausgewachsenes Mannsbild. Ja, aber ein sauberes Mannsbild. Aha. Ich glaub gleich gar, der gefällt dir. Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, der gefällt mir auch. Ja. Sehr sogar. Ja. Und diese weibliche Erfütterin, die da doch auch nicht schlecht umgebracht. Ja, ja. Der hat das Talent wie sein Stiefvater. Lügen wie gedruckt. Ja, schau. Er wollte halt dem Boni nur aus dem Schlamassel helfen. Mhm. Ich hab geglaubt, mich trifft der Schlamm, wenn er gesagt hat, Bubi, komm raus. Da hab ich gemeint, da kommt er so ein kleines Füber aus dem Zimmer raus. Also an so einem großen Lackl, da muss ich mich erst noch gewöhnen. Ja. Ich glaub, ich könnt mich schnell dran gewöhnen. Ja. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich. Ich steh' ich euch oder darf ich mich setzen? Sitze nur, Herr. Danke. Ja. Ja, wenn mich nicht alles zäuscht, dann sind ja Sie meine neue Mutter. Ja, man sagt's. Grüß dich Gott, Mutter. Ich bin dein Sohn, der Läusl. Das hört sich alles ein bisschen komisch an. Weißt du was, du brauchst nicht Mutter zu mir sagen. Und ich sag auch nicht Sohn zu dir. Ich bin die Moni und du bist für mich der Läusl. Ist mir recht? Ja. Aber zum Vater sag ich schon Vater. Oder soll ich dir auch lieber Boni sagen? Nein, nein. Das ist schon besser so. Schon wegen den Leuten im Dorf, weißt du. Ist ja dann lustig. Boni und Moni und ich bin der Soni. Übrigens, ein richtiges Busterl habe ich ja meiner neuen Mutter auch noch nicht gegeben. Darf ich gleich? Weißt du was? Was? Das verschieben wir auf Weihnachten. Ja. Du hast das aber ganz schön in Verlegenheit gebracht, du. Irgendwie habe ich alle in Verlegenheit gebracht, seit ich da bin. Ja. Was liest du da? Was ich da liest? Einen Liebesroman. Ah. So was lese ich nicht. So was mache ich selber. So. Aber die, die das Buch geschrieben hat, Läusl, zu denen wir es unwahrscheinlich viel mitgemacht haben. Ja, hast du das Buch schon gelesen? Freilich. Schon zweimal. Ich habe geträumt von dir die ganze Nacht. Die ganze Nacht? Ja. Eine halbe Nacht hätte auch gelangt. Ich sah dich stehen im Schatten. Wahrscheinlich war sie mit der Sonne zu warm. Und in meinem Herzen blühte es wie heiße Kohl. Der muss ja furchtbar gefroren haben. Läusl, hast du schon mal was von Romantik gehört? Für mich ist das alles ein Blödsinn. Wieso? So was würde ein Mann das Bild nie sagen. Aha. Was denn dann? Wenn ein Mann ein Mädel richtig gern hat. Ja. Dann träumt er nicht von Schatten und von Kohlen. Nein. Dann nimmt er das Mädel bei der Hand. Schaut ihr in die Augen. Und wenn dann das Herz zum Klopfen anfängt. Und im Hals kitzelt er so. Dann muss er sagen. Was denn? Ich hab dich gern. Und wenn sie ihm keine Antwort gibt? Na ja, dann heißt das so viel als wie, ja, ich dich auch. Ach so. Und wenn er da nicht dumm und schüchtern ist. Ja. Dann gib dir ja gleich noch ein Busserl, dass du grad so schnalzt. Ich sag mal, Läusl, bist du so narrisch geworden? Ja, das kann schon sein, dass ich's ein bisschen narrisch anpacke. Aber seit ich dich zum ersten Mal gesehen hab, war's mit mir aus und vorbei. Mein Hals hat gekratzt, mein Herz hat geklopft. Und darum frage ich dich jetzt. Hörnerl, hast du mich gern? Ja, du alter Parzi. Yes, das hat mich eine Freude. Jetzt hab ich alles, was ich mir gewünscht hab. Einen Vater, eine Mutter und ein ganzer liebes Mädel. Danke dir. In die Zeitung, da geben wir ins Errat. Als Verlobte grüßen, Alois Haslacher und das Fräulein Johanna Stürzinger. Ist dir das recht? Johanna Stürzinger ist mir recht. Aber du hast meinen Beruf vergessen. Was hast du für einen Beruf? Johanna Stürzinger, auch als Erfinderin bekannt. Durch die Erfindung einer Zwiebelschnellschneidemaschine. Unter dem Namen Johanna Winkler. Du machst Witze? Ich mach keine Witze, auf Ehrenseligkeit. Ja, heiliger Bimpern. Drum hast du den ganzen Schwindel so schnell durchgeschaut. Ja, das hab ich. Jetzt musst du mich aber entschuldigen, Losen. Ich muss noch raus zur Mone. Übrigens, ich fahr morgen wieder heim. Ja, und wenn du Lust hast, dann kannst du ja gern mitfahren. Und ob ich Lust hab? Ja. Ich lass doch dich nicht mehr aus. Dann bis später. Bitte, Läusl. Bitte, lieb Schatzl. Ja. Und ich muss jetzt gleich meinen Vater suchen und ihm sagen, dass er bald Großvater wird. Ja. 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 Die war mir zu freundlich, wie ich hier gestanden hab, dass ich ein Kind habe. Ja. Ja. Da komm ich nicht mit. Ja. 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 Ich wollte eigentlich was anderes. Ja. Ja. Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht mehr. Was? Weißt du was? Weißt du was? Was denn? Jetzt entschuldigst dich nochmal bei deiner Frau und dann schenkst du dir noch was Schönes. Ja. Was soll ich denn schenken? Na gut. Irgendetwas für die Küche? Für die Küche? Ja. Und dann kriegt der Zwiebel, weil Maschine hat's schon, ne? Hahaha. So billig kommst du nicht weg. Weißt du was? Was? Wenn du nicht weißt, was du dir schenken sollst, dann gibst du dir Geld. Geld? Das ist genau das, was ich nicht sage. Ja, dann versprich ihr eins. Ja, hör auf mit deinen blöden Vorschlägen. Ja, wem nichts zu raten ist, dem kann man auch nichts helfen. Weißt du was? Was? Ich such jetzt deinen Sohn, damit endlich mal diese Erbschaftsangelegenheit vom Tisch ist. Ja, da haben wir recht, ja. Ja, weißt du wo er ist? Haha. Jetzt hab ich 30 Jahre nicht gewusst, warum soll ich's jetzt müssen? Ja, ich werd ihn schon finden. Ja. Du und dir drück ich beide Daumen mit der Aussprache bei deiner Frau. Ja, drück mir. Ich schau dann später nochmal vorbei. Ja, ich brauch Gott. Ja, ich muss ja wissen, wie's dir geht. Ja, ja. Ob's noch lebst. Aha. Ja. Und ob's schon heraus bist, dass du... Hatschee. Ich wollt was anderes, sag ich euch. Ja, ich wollt was anderes. Er ist ja lieber nicht der Kerl, ein guter Freund, aber wo er recht hat, hat er recht. Es ist wirklich alles beschissen. Na ja. Mir reicht's, ich gehe. Meine Kündigung habe ich geschrieben. Ich werde doch nie meine schönsten Jugendjahre verpleppern. Dieser Hof ist einfach zu weit weg von der Hauptstraße. Da kommt nie ein heiratsfähiges Mannsbüter her. Grüß dich, Nandler. Na, ich rufe schon wieder. Was treibst du denn da? Möchtest du verreisen? Nein, ich kündige. Ah, geht. Ja, also, ich suche jetzt woanders mein großes Glück. Zuerst habe ich ja geglaubt, dass du der Richtige wärst. Aber du bist einfach zu jung. Du bist viel zu jung. Ich glaube nicht, dass du die Wünsche einer reifen Frau erfüllen kannst. Und deshalb eule ich von Tanne. Naja, und was sagt da die Beurin dazu? Nichts, die weiß es ja noch gar nicht. Das wird eine sogenannte Blitz- und Nebelaktion. Wie ein Blitz bin ich hier am Hof erschienen und im Nebel werde ich verschwinden. Nein, Nandler, du hast doch bestimmt schon oft einmal ein Gewitter erlebt. Eins? Hunderte von Gewitter habe ich erlebt. Aber weil du das sagst, eins ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Das muss ich dir sagen. Also, da war ich noch bei meinen anderen Dienstleuten beschäftigt. Als Kuh-Busen-Masseuse. Ja, ein Stallmarkt heute. Also, und da bin ich mit Bauern und mit der Bäuerin aufs Feld rausgegangen. Plötzlich hat es ein Gewitter gegeben. Mei, ganz schwarz ist es geworden. Es hat geblitzt, es hat gedonnen. Dann haben wir uns ganz schnell unter einem Baum versteckt. Dann hat doch tatsächlich neben diesem Baum der Blitz eingeschlagen. Nein. Mei, Beurin hat geschrien. Die hat Angst gehabt. Mei hat gesagt, wir müssen alle sterben. Wir müssen sterben. Da hat sie am Mann gesagt, lieber Mann, in meiner letzten Stunde will ich dir noch einmal beichten. Ich habe dich mit deinem Nachbarn betrogen. Auweil. Und hat sie am Mann gesagt, was hast du mir in deiner letzten Stunde zu beichten? Und hat der Bauer gesagt, gar nichts. Da hinten wird's schon wieder hell. Das war natürlich wirklich recht für deine Bäuerin. Aber nein, was ich dir eigentlich sagen wollte, war, nach einem Blitz dauert es doch oft einmal lang, bis der Donner kommt. Jetzt, wenn ich nicht der Richtige für dich war, dann wart es einfach noch ein bisschen und der Donner kommt bestimmt noch. Also, jetzt Moment einmal. Wenn ich noch nicht vollkommen verblödet bin, dann meinst du doch sicher mit dem Donner, der noch kommt, ein Mannsbild, das vielleicht für mich noch kommt. Und genau, Nandl, du bist doch gar nicht so blöd. Nein, das sagen nur die anderen. Ja, wart jetzt einfach noch ein bisschen und dann kommt bestimmt ein Mannsbild für dich. Alles klar. Jawohl, du hast mich jetzt überredet. Jetzt wart ich noch ein bisschen, so zwei oder drei Jahre. Ja, das mache ich. Aber das sage ich dir. Wenn dann immer noch kein Mannsbild für mich da ist, dann gehe ich wirklich ins Kloster. Zu den barmherzigen Brüdern. Na, ich muss einmal schauen, wo mein Blitz ist. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ich glaube, ich war doch ein bisschen zu streng mit meinem Mann. Weil eigentlich hat er es ja nur gut gemeint, gell? Und dass er sich das nicht sagen hat, das war ja auch meine Schuld. Aber jetzt, glaube ich, ist es an der Zeit, dass ich ihm auch die ganze Wahrheit sagen kann. Weil jetzt geht es noch in einem Aufrisch. So, dann schauen wir doch mal. Ja, Moni, da bist du. Ja, da bin ich. Ich such dich überall. Ja. Du, ich wollte mich eigentlich nur von dir verabschieden. Okay, ja, leider. Ich muss dringend heim zu meiner Arbeit. So, ja. Aber da habe ich noch eine gute Nachricht für dich. Ja, ja. Damit du dein Problem aus dem Haus bekommst, nehme ich den Burm von deinem Mann mit heim. Du nimmst den Burm mit? Ja. Ja, zu was denn? Zu was denn? Ja, das ist einmal eine dumme Frage, Moni. Wir zwei, wir mögen uns heute. Ja, und wer weiß. Vielleicht wird er doch noch was Ernstes draus. Und falls wir dann wirklich heiraten sollten, seid ihr natürlich herzlich zur Hochzeit eingeladen. Oh, mein, wer weiß, was bis dahin alles ist. Du meinst wegen deinem Mann? Ja. Ja, klar. Was hat der und sein sauberner Freund, der Ketterl, alles für Lügengeschichten erzählt? Aber das hat er doch nur gemacht, wenn er da nicht wehtun wollte. Ach, Hannerl, ich verstehe doch alles. Schau, ich habe doch dasselbe Problem. Wie meinst du jetzt das? Ich habe auch ein lediges Kind, von dem mein Mann nichts weiß. Was hast du? Ich habe ihm damals das Versprechen abgenommen, dass er keine Kinder mitbringt in unsere Ehe. Ja. Dann habe ich ihm mein Kind auch verschwiegen. Ja, und jetzt? Oh, mein, Hannerl, jetzt habe ich da einen ganz tiefen Schmerz da drin. Das beißt, das beißt, das ist wie so ein innerlicher Beiß. Ich glaube, ich komme in die Hölle. Vielleicht hast du einfach nur Bauchweh. Ich habe nicht Bauchweh, beißen tut's. Ja. Ja, Moni, dann ist wohl das Allerbeste, du sagst dem Pony die ganze Wahrheit, oder? Meinst du? Ja, natürlich. Du kommst aber dann schon zu meiner Beerdigung, gell? Ja, ja. Meine Alte ist auch da. Oh, mein, oh, mein. Oh Gott, das war aber ein schwerer Seufzer. Was hat sie denn? Beißen tut sie's. Dann soll sie sich halt kratzen. Nein, sie hat gemeint, das wäre mehr so ein innerlicher Beiß. Vielleicht hat sie viel gefressen. Und außerdem hat sie gemeint, sie kommt in die Hölle. Meine Alte? Ja. Niemals. Die rast der Teufel gar nicht rein. Die verschandelt immer die ganze Hölle, da geht immer kein angstinniger Mink mehr runter. Gehst du lieber am Trax noch mal? Nein, Moni, das mach ich nicht. Was? Das soll der Dämoni am allerbesten selber erzählen. Ja, ich sag jetzt gleich für Gott. Ja, für den Gott. Und deinen Wurm, den nimm ich mit heim. Nimmst du mit heim? Ja. Dann bist du ein braves Mädel. Ja, ganz so bravig. Also, ich wünsche euch was. Und Moni, dir drücke ich natürlich beide Daumen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Viel Glück. Ja, ja, viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Ja, Moni, jetzt sind wir wieder allein, gell? Ja. Auf weiter Flur. Ja, mit zwei. Jetzt werde ich dich halt noch mal um Verzeihung gebeten für die ganze Taute, wo doch auf uns zukommen ist. Ich hab dir doch schon lange verzeihen. Es war. Vertreihlich. Aber du musst mir dann auch verzeihen. Aber, Moni, bei uns wäscht doch eine Hand die andere. Ja. Du verzeihst mir. Ja. Und ich verzeihen. Moment einmal, was soll ich denn dir verzeihen? Moni, jetzt sitz dir mal her. Ich hab mit dir was zu reden. So. Weißt du, Moni, es ist schon lang, lang her. Ja. Oh, mein Gott, vor vielen, vielen Jahren. So. Da war ich noch ein junges, hübsches Mädel. Ja, das ist ja ziemlich lang her. Du, und die Burschen, die waren ganz verrückt nach mir. Kunst, ich war ja auch mal so verrückt nach dir. Ja, ja. Und damals hab ich halt auch einen jungen Burschen gern gehabt. Ja, ja. Und da war eine wunderschöne, laue Sommernacht. Ja. Und dann haben wir getanzt miteinander. Ja, schau her. Und dann haben wir geschwitzt miteinander. Ja, geschwitzt. Und dann sind wir heimgegangen miteinander. Und das war so ein ganzer schmaler Feldweg. Ja, ja. Ich bin vorausgegangen. Er ist hinten nachgegangen. Ich bin gestolpert. Ja. Er ist auch gestolpert. Ja. Mich haut's hin. Also das heißt, ich bin gefallen. Ja. Ihn haut's auch hin. Ja, ja. Er ist auch gefallen. So ist es. Und dann? Und dann? Ja, und dann? Was soll ich dann sagen? Ja, sag's halt dann. Und dann sind wir zu dritt heimgegangen. Du willst also damit sagen, dass du auch ein Kind hast? Ja. So, lebendig oder bist du schon tot? Ledig. Ledig? Ja. Der Vater ist gut drauf durch einen Unfall ums Leben gekommen. Aha. Dann machst du mir einen solchen Aufzug wie mein Bub. Du hast selber ein Kind. Jetzt weiß ich doch selber, dass ich im Unrecht war. Ja. Und darum frage ich dich ja. Kannst du mir auch verzeihen? Aber natürlich. Ich hab dir doch schon verzeihen. Ja. Ich freue mich doch endlich auf unsere silberne Hochzeit. Hochzeitsfeier, ne? Die muss heute Abend aber starten, ja? Genau. Ja. Jetzt gibt mir noch ein Hochzeitsbrusikum. Du kannst mir sagen, was du willst. Vor 25 Jahren war's besser. So, und jetzt geh ich in die Küche raus und riech alles her. Und du kommst danach, du musst mir helfen. Du musst die Hochzeitstarte anschneiden. Natürlich, ob die Schneide nicht daneben. Auch. Und wenn's ganz lieb und ganz praktisch ist, dann darfst du wieder kleine Ticke zu mir sagen. Da bin ich nochmal mit deinem blauen Auge davon gekommen. Ah, Conny, ich bin wieder da. Jetzt ist der schon wieder da. Die Erbschaftsangelegenheit mit deinem Buben ist beim Tisch. Na Gott sei Dank. Der hat sein Geld, das hat's erledigt. Na, alles schon. Du, aber der wollte nimmer mit dir herfahren. Ich weiß nicht, warum. Aber ich weiß es gar nicht. Ja, wieso? Der hat sich in die Stürzinger verschaut. Ich glaub, die zwei heiraten. Ach, geh hier rauf. Ja, die jungen Leute. Ja, ja. Wie ist es denn dir gegangen mit deiner Frau? Das erzähl ich dir ein andermal, ne? Ja? Ja. Weißt du was? Ja. Dann lade ich dich jetzt ein auf ein schönes kaltes Bier. Hast du jetzt Bier gesagt? Ja. Oh, wie lange hab ich kein Bier mehr getrunken mit der ganzen Gaudi da, ne? Weißt du überhaupt, wer das Bier erfunden hat? Ja, natürlich. Ja? Das waren die Klosterbrüder. Nein, das waren die Ägypter. Was? Die Ägypter? Die Ägypter haben unser Bier erfunden, ja. Die haben diesem Bier sogar ein Denkmal gesetzt. Na. Ja. Was denn für eines? Die Piramide. Aber weil du gerade von Denkmälen sprichst, bei uns im Ort haben sie jetzt eine neue Kirche gebaut. Ja? Eigentlich mehr so eine Moschee. Die Kirchen gibt es so viele wie die Katholiken haben eine Kirche, die Protestanten haben eine Kirche. Ja, ja, doch sogar die Kellner haben eine eigene Kirche. Weißt du, die Kellner haben eine Kirche? Ja. Wie heißen die? Der Kellnerdom. Gestern ist bei uns im Dorf was Schlimmes passiert. Ja? Ja, du kennst doch unsere Bürgermeisterin. Oh ja. Ja. Eine fische Frau. Eine bitteschöne Frau, ne? Der ihr Mann ist gestern Nacht unverhofft nach Hause gekommen und findet seine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Na. Dann hat er sein Gewehr genommen und bumm und hat den Kerl erschossen. Ist das nicht schlimm? Ja, das ist schlimm. Ja. Aber das hätte schlimmer kommen können. Noch schlimmer? Ja, wenn der vorgestern heimgekommen wäre. Warum? Da war ich bei seiner Frau. Arlo, schämst du dich überhaupt nicht? Nein. In deinem Alter? Ach, in meinem Alter? Wie alt bist denn du? 58. Hast du vor zehn Jahren auch gekocht? Nein, ich bin eben kein Mensch, der heute so sagt und mag. Außerdem hätte ich letzte Woche mit einem 18-jährigen Mädchen schlafen können. Na. Ja. Und warum hast du das nicht gemacht? Ich war nicht müde. Schau mal. Hast du den heutigen Artikel gelesen in der Zeitung? Nein, ich habe noch keine Zeit gehabt. Da ist eine Frau, die war in anderen Umständen. Die hat das Buch gelesen, die drei Musketiere, dann hat sie Drillinge gekriegt. Was, was, was? Nur weil die das Buch gelesen hat, die drei Musketiere, hat sie Drillinge gekriegt. Ja. Und Gottes Willen, muss ich sofort heim. Meine Frau ist auch in andere Umständen. Und die ließ gerade alle Barber und die 40 Leute. Und er war noch nicht. Und der war noch nie. Die war noch nicht. Vielen Dank.